Ja, schön, dass ihr da seid heute im Stream und ich habe hier ein Quiz mitgebracht, dass ich meinen Studierenden von meiner Veranstaltung Inside Math stelle. Da geht es um Mengenlehre. Und ja, ich habe hier mal so ein paar Aussagen, also knifflige Aussagen in einer Quizaufgabe in Learning Apps gemacht. Na genau, MK, MK, genau, Zwinker, Zwinker in Learning Apps. Und das wollte ich mal mit euch besprechen, weil die Studierenden haben da Schwierigkeiten, welche dieser Aussagen korrekt sind und nicht korrekt sind und haben sich gewünschte Lösungen dazu zu bekommen. Ich dachte mir, ich mache jetzt hier kein Lösungsblatt oder so, sondern ich mache ein Video und ich brauche eure Hilfe jetzt, um mal rauszukriegen, was sind denn hier die richtigen Antworten, die korrekten Antworten. Und das Video gebe ich dann meinen Studierenden und allen anderen, die daran interessiert sind. Okay, hier gibt es schon die ersten Vermutungen. C und D müssten wahr sein. Ja, schauen wir mal. Was glaubt ihr? Welche Aussagen sind wahr? C und D, wird hier gesagt, sind wahr. Was meinen die anderen? Alle einverstanden? Ja, sehr gut, danke. Admiral Wurst hat gleich die entsprechenden Symbole hier rauskopiert. So, also, wir haben ja die Menge mit den Elementen 1, 2, 3. Die Menge mit den Elementen 1, 2, 3. Also, ich schreibe es hier nochmal hin. 1, 2, 3. So, okay. Und jetzt wird hier gesagt, C und D sind gleich groß. Entschuldigung, C und D sind wahr. C und D sind wahr. Als Aussagen. Also, hier wäre jetzt die erste Aussage, die Menge 1, 2. Was war Teilmenge oder echte Teilmenge? Habe ich jetzt vergessen. Mal schauen. Ah, Teilmenge. Genau. 1, 2 ist Teilmenge von 1, 2, 3. Und 3 ist Element von 1, 2, 3. Genau. Die beiden Aussagen sind wahr. Also, ich habe eine Menge, die hat drei Elemente. 1, 2 und 3. Da sind drei Elemente drin. Elemente stehen in der Menge, wenn man die Formal hinschreibt, in so einer geschweiften Mengenklammer und Kommata dazwischen. Es gibt drei Elemente in der Menge, nämlich die Elemente 1, 2 und 3. Dementsprechend ist 3 ein Element der Menge. Denn es steht hier ja in der Liste der Elemente zwischen den geschweiften Klammern. 3 ist ein Element. Was hier noch steht, ist 1, 2 ist Element der Menge 1, 2, 3. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Also, das stimmt, das stimmt, das stimmt nicht. Denn die Menge 1, 2 ist ja kein Element der Menge, die die Elemente 1, 2 und 3 hat. Genau, wie jetzt Admiral Wurz korrekt schreibt, das wäre nur korrekt, zum Beispiel in einem solchen Fall. Wenn ich eine Menge habe, die Elemente hat, und die Elemente stehen ja alle hier als Liste und Kommata dazwischen, und eines der Elemente ist eine Menge, nämlich diese hier. Und dann könnte vielleicht noch irgendwie eine Zahl drin sein und, keine Ahnung, vielleicht noch ein Emoji oder so. Es kann ja unterschiedliche Objekte in der Menge haben, auch Mengen. Mengen können auch Elemente sein, aber sie müssen als Elemente geführt sein in der Menge. Dieses Objekt hier, diese Menge, ist Element dieser Menge, weil es in der Liste der Elemente auftaucht. Während in diesem Fall hier oben, und deswegen ist der auch falsch, die Menge kein Element ist der Menge, die rechts steht, sondern eine Teilmenge. Also hier oben, das ist richtig, ne? Eine Teilmenge. Was bedeutet, alle Elemente in der linken Menge sind auch in der rechten drin. Das bedeutet ja Teilmenge. Alle Elemente in der linken Menge sind auch in der rechten drin. Ich erinnere mich jetzt irgendwie an Arrays. Da kann man auch viel Mist bauen. Ja, 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 genau. Ja, oh ja. Also wer sich in der Informatik auskennt, mit dem Coden ein bisschen Arrays, da kann man viel Mist bauen. Ja. Ja, demnach ist auch 3 keine Teilmenge der Menge 1, 2, 3. Das war eine andere Aussage, die hier in der Quizaufgabe gestellt wurde, denn die Zahl 3 ist ja keine Menge. Und nur eine Menge kann eine Teilmenge von etwas sein. Die 3 ist keine Teilmenge, weil sie keine Menge ist. Die 3 ist aber Element der Menge 1, 2, 3, weil sie ja als Element geführt wird in der Menge. Ja, okay. Also ich glaube, jetzt wissen wir ungefähr, wie wir hier vorgehen müssen. Also die Menge 1, 2 ist kein Element der Menge, denn die Menge hat nicht eine Menge als Element. 3 kann auch keine Teilmenge sein, weil 3 keine Menge ist. Aber die Menge 1, 2 ist Teilmenge der Menge 1, 2, 3. Und die 3 ist ein Element der Menge. Aha, das stimmt also. Gucken wir mal, überprüfen wir mal die Lösung. Das kann man bei Learning Apps ja immer, das ist ja immer schön, ne. Erfällt mir, ob man richtig gedacht hat. Und wir haben richtig gedacht. Habt ihr super gemacht. Perfekt. Nächste Frage. Oh ja, das sind auch schöne Aussagen. Also die erste bedeutet, die leere Menge ist Teilmenge der natürlichen Zahlen. Oder ist die leere Menge Element der natürlichen Zahlen? Oder ist die Menge der ganzen Zahlen Element der natürlichen Zahlen? Oder sind die natürlichen Zahlen Element der ganzen Zahlen? Das ist die Frage. Und ich habe das Ganze jetzt mal hier in GoodNotes übertragen, damit wir uns darüber Gedanken machen können. Genau. Admiral Wurst schreibt schon, die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge. Also die erste Aussage scheint zu stimmen. Alle Elemente, die in der leeren Menge drin sind, sind auch in der Menge der natürlichen Zahlen. Das ist manchmal ein bisschen unklar. Oder Sysadmin from hell sagt A, B und D sind korrekt. Das merken wir uns mal vor mit Fragezeichen. Also 0 ist Teilmenge von N. Nochmal bei der ersten Aussage. Weil alle Elemente, die in der leeren Menge drin sind, auch in den natürlichen Zahlen drin sind. Also manche denken dann, hä, alle Elemente, die in der leeren Menge drin sind, da sind doch gar keine drin. Also stimmt denn die Aussage, alle Elemente, die in der leeren Menge drin sind, sind auch in den natürlichen Zahlen drin? Ja, die stimmt. Denn angenommen, sie würde nicht stimmen, dann müsstet ihr mir ein Element zeigen, das in der leeren Menge drin ist, aber nicht in den natürlichen Zahlen. Ja, man müsste so Detektiv spielen und so ein Element finden, das gegen die Regel verstößt, sozusagen. Alle Elemente in der linken Menge sind auch in dem Element von der rechten Menge. Und ja, zeig mir eins, zeig mir eins, dass in der leeren Menge drin ist, das nicht in der natürlichen Zahlen drin ist. Ach, kannst du nicht zeigen? Okay, dann ist die leere Menge Teilmenge der natürlichen Zahlen. Die leere Menge ist aber nicht Element in der natürlichen Zahlen, das ist tatsächlich falsch. Weil die Menge der natürlichen Zahlen, ist ja diese hier, mit oder ohne Null, kann man sich noch darüber streiten, lassen wir sie mal weg. Eins, zwei, drei, vier und jetzt natürlich Wissen an Unendlichkeit, das ist die Menge der natürlichen Zahlen. Da steht nirgendwo als Element drin, die leere Menge, also es ist nicht so, dass irgendwo hier die leere Menge vorkommt in den natürlichen Zahlen, wenn ich die irgendwo aufliste. Also auch nicht die Null, die Null ist nicht die leere Menge. Die Null ist eine Zahl. Die leere Menge ist eine Menge, in der nichts drin ist. Und sozusagen ein leerer Sack. Und die natürlichen Zahlen ist eine Menge, ist auch ein Sack, da sind lauter Zahlen drin. Und die Frage ist jetzt, ist in dem Sack, in dem lauter Zahlen drin sind, also die Menge der natürlichen Zahlen, irgendwo auch ein leerer Sack drin. Die leere Menge. Nee, hat man da nicht drin. Das heißt, mit Element und Teilmengen komme ich immer durcheinander. Ja genau, Elemente sind sozusagen, wenn ich eine Menge tatsächlich aufliste, dann als ein Element irgendwo in dieser Liste mit drin, wäre eine Teilmenge. Da schaue ich eben, vergleiche ich zwei Mengen und schaue, sind die Elemente in der einen Menge alle auch in der anderen drin. Genauso sind die letzten beiden Aussagen beide falsch. Denn weder die Menge der ganzen Zahlen ist in der Menge der natürlichen Zahlen drin, noch umgedreht als Element. Also ich habe keinen Sack, in dem alle ganzen Zahlen drin sind und der ist im Sack der natürlichen Zahlen drin. Oder ich habe den Sack der natürlichen Zahlen, da ist nicht irgendwo ein Sack drin, wo alle ganzen Zahlen drin stecken. Was aber natürlich der Fall ist, die Menge der natürlichen Zahlen ist eine Teilmenge der Menge der ganzen Zahlen. Weil alle Elemente, die in den natürlichen Zahlen drin sind, sind auch in der Menge der ganzen Zahlen drin. Aber die Menge der natürlichen Zahlen ist selbst nicht Element der Menge der ganzen Zahlen. Ganze Zahlen sind Elemente der Menge der ganzen Zahlen. Also 1, 5, minus 7, minus 100, 0, 35 und so weiter. Aber doch keine Menge von natürlichen Zahlen. Das ist doch kein Element. Okay, gucken wir, ob wir recht haben. Indem wir Learning Apps befragen. Wir haben gesagt, nur das hier ist richtig. Die leere Menge ist Teilmenge der Menge der natürlichen Zahlen. Lösung überprüfen. Prima, haben wir richtig gemacht. Super, ganz toll. So, und jetzt kommt die letzte, der letzte Screen. Ich schreibe ihn gerade mal ab in GoodNotes, damit wir uns das auch gleich nochmal hier gemeinsam schriftlich überlegen können. Also, die Menge 1, 2, 3 ist echte Teilmenge der Menge 1, 2, 3. Zweite Aussage. Die Menge 1, 2, 3 ist echte Teilmenge der Menge der natürlichen Zahlen. Und die letzte Aussage, die Menge 1, 2, 3 ist Teilmenge der Menge der natürlichen Zahlen. Und die letzte Aussage, die Menge 1, 2, 3 ist Teilmenge der Menge 1, 2, 3. Okay, wie sieht es hier aus, Leute? Was denkt ihr? Was stimmt? Welche Aussagen sind richtig? Was ist hier aus, Leute? So, hier wird schon gesagt, B, C und D sind korrekt. A nicht. Also das, die drei hier scheinen korrekt zu sein und A nicht. Warum? Ja, da haben manche ein Verständnisproblem, was Teilmenge und echte Teilmenge anbelangt. Man kann es ganz gut vergleichen mit, wenn man in natürlichen Zahlen geht, mit kleiner und kleiner gleich. Also, jeder würde sagen, 3 ist kleiner als 4. Das ist okay. Was auch geht, 3 ist kleiner gleich 4. Was auch geht, 3 ist kleiner gleich 3. Was aber nicht geht, ist 3 kleiner 3. Kleiner bedeutet ja echt kleiner. Also 3 ist kleiner als 4, aber 3 ist nicht kleiner als 3. Wenn ich jetzt das Gleichheitszeichen noch mit in das Symbol nehme, bedeutet das, zu diesen Situationen echt kleiner kommt noch die Möglichkeit hinzu, dass es auch gleich sein darf. Das heißt, 3 kleiner gleich 3 gilt und 3 kleiner gleich 4 sowieso. Genauso ist es mit Teilmenge und echte Teilmenge. Also, die Menge 4, 5 ist eine Teilmenge, eine echte Teilmenge der Menge 4, 5 und 6. Die Menge 4, 5 ist auch eine Teilmenge der Menge 4, 5 und 6. Da kommt jetzt noch die Möglichkeit dazu, dass beide Mengen auch gleich sein dürften. Ist in diesem Fall nicht so. Sie ist ja eine echte Teilmenge, in dem Fall kleiner, nach der Symbolik der natürlichen Zahlen oben geht. Aber potenziell dürften sie auch gleich sein. Das heißt, das ginge auch. Die Menge 4, 5 ist eine Teilmenge der Menge 4, 5. Das geht auch, weil sie sind auch gleich. Okay, das ist damit mit berücksichtigt. Was aber nicht geht, ist die Menge 4, 5 ist echte Teilmenge der Menge mit den Elementen 4 und 5. Das geht nicht. Das wäre die gleiche Verletzung wie hier oben 3 kleiner 3. Das ist keine echte Teilmenge. Aber eine Teilmenge. Jede Menge ist Teilmenge von sich selbst, weil alle Elemente in der Menge auch in der Menge sind. Aber eine Menge ist nicht echte Teilmenge von sich selbst, sondern nur, naja, echte Teilmenge halt. Also da müssen dann Elemente fehlen. Okay. Also dann gucken wir doch mal hier durch. Tatsächlich, die Menge mit den Elementen 1, 2, 3 ist nicht echte Teilmenge der Menge 1, 2, 3 hier oben. Das ist falsch. Eine Menge kann nicht echte Teilmenge von sich selbst sein. Eine Zahl ist nicht kleiner als sie selbst. Im Vergleich. Bitte nicht das kleiner jetzt auf Mengen übertragen. Es ist nur sozusagen, ich habe jetzt die Symbole miteinander verglichen, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann. Das gilt aber. Die Menge mit den Elementen 1, 2, 3 ist eine echte Teilmenge der natürlichen Zahlen. Der Menge der natürlichen Zahlen. Denn in der Menge der natürlichen Zahlen ist 1, 2, 3 drin, aber viel mehr noch. Okay. Es ist sogar eine Teilmenge. Es käme die Möglichkeit dazu, dass sie auch gleich sein dürften. Sie sind es nicht. Okay, aber die Menge mit den Elementen 1, 2, 3 ist eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Eine Menge der natürlichen Zahlen. So, und jetzt haben wir noch hier unten die Situation. Natürlich, die Menge ist Teilmenge von sich selbst. Okay, dann übertragen wir das mal. Also die letzten drei Aussagen sind korrekt. Lösung prüfen. Prima, richtig. Wir haben es geschafft. Super, herzlichen Glückwunsch. Wir haben die Aufgabe richtig gelöst. Vielleicht, wenn ich euch gerade noch einen Tipp geben darf. Learning Apps ist wirklich eine super Plattform, bei der man solche Quizaufgaben machen kann. Und insbesondere bietet sie eine sehr einfache Möglichkeit, Quizaufgaben zu erstellen aus bereits vorhandenen Quizaufgaben. Man kann nämlich jede beliebige Quizaufgabe oder jede beliebige App, die bei learningapps.org vorliegt, die irgendjemand anders erstellt hat, die man sieht und denkt, oh Mensch, ich würde gerne so eine ähnliche App mal machen. Dann kann man die einfach klonen. Also man meldet sich an bei learningapps, dann kann man die klonen, dann wird der in den eigenen Arbeitsbereich hinein kopiert mit den Werten, die derjenige da eingestellt hat und dann braucht man nur zu modifizieren. Das macht es sehr einfach. Also wenn ich hier zum Beispiel jetzt sage, oh, ich möchte gerne mal so eine ähnliche App machen wie die hier, dann sage ich create similar app. Und dann sieht man schon, App-Title war oder falsch, ein Quiz mit Menges hat hier eingeschrieben. Und hier unten kommt die Frage 1, Question 1, welche der folgenden Aussagen sind wahr, kreuze alle wahre Aussagen an. Und dann sieht man hier die Antworten und jetzt könnte man einfach hier anfangen zu modifizieren und so eine ähnliche App zu machen. Da kann man sehr einfach Quizaufgaben erstellen aus bereits vorhandenen. Und man sieht hier sogar, wie man diese schönen LaTeX-Formulierungen der mathematischen Ausdrücke generieren kann, nämlich mit den Doppel-Dollar-Symbolen und so. Wer es damit nicht auskennt, LaTeX ist eine Textbeschreibungssprache, die in der Mathematik sehr gerne eingesetzt wird, weil man da sehr schön mathematische Formeln setzen kann, mathematische Ausdrücke setzen kann. Und wenn man sich mit dieser Symbolik auskennt, dann kann man da sehr schön auch Quizaufgaben machen, in denen diese Texte mit vorkommen. Also auch nochmal eine Empfehlung für alle, die solche Quizaufgaben erstellen wollen, insbesondere auch in der Mathematik. Also auch in der Mathematik.